Die Mannschaft 1b des SV Seder Bad Schallerbach hatte mit Union Brambach-Kirchen eine kämpferisch starke Truppe zu Gast, welcher man unbedingt Paroli bieten wollte. Und die ganz in Weiß aufspielenden Gastgeber kombinieren und harmonieren ausgezeichnet. Salam lässt weiterlaufen für Reutmaier, der wiederum für Karlsberger aufspielt. Und bereits in der dritten Spielminute führt SV Seder 1b mit 1 zu 0. Eine schöne Aktion geht dem Treffer voraus, Lena ist geschlagen. Nach einer Viertelstunde macht sich dann Jaraus zum Freistoß bereit. Die Marsch Richtung Kreuzheck stimmt, doch Kapshammer kann sich auszeichnen. Brambach-Kirchen hat in dieser ersten Hälfte eindeutig mehr Spielanteile, kann aber die sich bietenden Chancen, wie hier durch Meiringer, nicht verwerten. Den nächsten Versuch startet Jaraus, der hier mit nach vorne geht. Er dribbelt durch die Abwehr, aber Kapshammer bleibt Sieger. Die Batschallabacher kommen nochmals über Valentich, der mit letztem Einsatz weiterleitet. Karlsberger ist wieder zur Stelle und beendet Halbzeit 1, wie er sie begonnen hat. Die Gäste finden viele gute Chancen vor, die Hausherren machen die Tore. Und so steht es zur Pause 2 zu 0 für den SV Setter 1b. Nach dem Wechsel kommt dann Gerstorfer für Brunnenbauer, was mehr Schwung in die Angriffe bringt. Nach diesem Freistoß entsteht ein Gestocher im Strafraum der Gäste. Die Abwehr bringt den Ball einfach nicht weg und schließlich ist es Thomas Gerstorfer, der die Führung seiner Mannschaft auf 3 zu 0 erhöht. 6 gegen 4 und es steht 3 zu 0 nach 52 Minuten. In der zweiten Hälfte konnte Schallabach gleich die Initiative ergreifen. Nach dem dritten Treffer kämpft Union Brambach-Kirchen aber weiter. Steininger setzt Marius Iliess ein, der am herauseilenden Schlusswand vorbei zum 3 zu 1 einnetzt. Steininger hat Ballglück, aber Iliess schließt perfekt ab. Chancen finden sich nun laufend auf beiden Seiten. Reutmeier glänzt mit einem Stangelpass zu Karlsberger, der bereits seinen dritten Treffer in dieser Begegnung erzielt. Eine Viertelstunde vor Schluss lautet der neue Spielstand nun 4 zu 1. Weiter geht es mit Wagner, der zu Meiringer passt. Kapshammer macht einen weiten Ausflug. Meiringer gewinnt das Duell und trifft das leere Tor nicht. Brambach-Kirchen kommt noch einmal. Steininger und Wagner spielen Doppelpass. Wagner setzt zum Schuss an und in der 81. Minute holen die Gäste noch einen Treffer auf. Nach guter zweiter Halbzeit gewinnt der SV Sederbatschallabach 1b gegen Union Brambach-Kirchen mit 4 zu 2. In der ersten Elbzeit waren wir sicher die bessere Mannschaft, haben aber leider keine Tore geschossen. Und die Tore, die man nicht schießt, die bekommt man. Wo würden Sie denn die Gründe sehen, dass es heute so gelaufen ist? Ja, ich glaube, im Mittelfeld haben wir nicht kein Segment gedeckt. Und hinten in der Abwehr sind die auch heute nicht so gut gestanden. Ich muss sagen, Gratulation für den Sieg. Endlich mal wieder Sieg. Drei Punkte. Sicher hochverdienter Sieg, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, Karlsberger haben wieder gespielt. Das sind ein toll anderes Liga-Stürmer. Rüttmeier, die war heute sehr zufrieden. Auch Gerstl für die zweite Halbzeit. Da sieht man, dass es nicht nur mit Jungen geht. Man braucht da mehr Alte, wie man so sagt.